Ich hoffe, Sie haben im Unterschied zu mir etwas essen können. Ich habe wieder ein bisschen am Büchertisch gestanden und mich dann sofort in den Büchern verloren. Und dann eben auch eine Übersetzung eines Gedichtes von Marian Poschmann auf Italienisch gefunden, dank Lorma-Editore, der heute den Preis kriegt, den Enrico Filippini-Preis. Das ist ein Gedicht, das ich letztes Jahr als Abschluss meiner Einleitungsrede, damals ohne Saxophon, aber mit Schlagzeug vorgelesen habe. Ich lese es jetzt zunächst auf Deutsch vor und dann am Schluss nochmals auf Italienisch. Das ist ein Wink an den Simultanübersetzer, dass es nicht übersetzen muss. Das ist natürlich im Gegenlicht etwas schwierig. Ich würfelte einen Wolf und zog weiter zu Farn. Farnfraktal. Wie Flügel gegen sinkendes Abendlicht. Und wir, wir wichen schüchtern den Schritt zurück ins Dunkle, wo die Farnspiralen aus Harten dicht in sich eingewunden, genügsam, lautlos, war ich denn jemals so, so eingerollt in mich, völlig eingehegt in Wald, der an mich grenzte, Wald, der Gegenfahren bildete, grösser, stiller. Das war natürlich die ideale Einleitung damals für dieses, für die Ausgabe der Eventi Literari letztes Jahr, die unter dem Titel von Bäumen und vom Krieg stand. Wir hatten damals natürlich schon den Wunsch, Marion Poschmann hier einzuladen. Das klappte damals nicht, aber jetzt ist sie da und darauf freue ich mich natürlich sehr. Sie ist auch da, dank Maike Alba, die ein bisschen diese Brücke, diese Luftbrücke sozusagen von Berlin nach Italien ist und eben auch jetzt in diesem Gespräch vom Editore Lorma haben wir gesehen, dass eben diese Brücke sehr gut funktioniert und eben auch dieses Buch von Marion Poschmann gerade bei Ihnen übersetzt wurde. Und mit Maike Alba habe ich im letzten Sommer in Leukerbad ein Gespräch geführt. Sie hat ja verschiedene Bücher über Italien und italienische Literatur geschrieben. Sie ist wiederum der Brückenkopf sozusagen von Italien in Deutschland. Unter anderem Rom, Träume über Moravia und Pasolini. Es waren drei Bücher, über die wir redeten, ein bisschen über Turin, ein Audi, Pavese, wo ich schummeln musste, weil ich keine Ahnung von Pavese hatte. Aber naja, sie hat es natürlich gemerkt. Und dann haben wir sehr lange über Pasolini und so gesprochen, weil ich mich da ein bisschen auskenne. Und das Buch ist wirklich großartig. Es hat so in der Mitte eine Schilderung eines Gesprächs in Berlin von 1966, wo das Publikum so in Rollkragenpullover, wie es damals Mode war, saß. Wim Wenders saß natürlich auch im Publikum. Alle hatten so diese strengen 68er-Brillen an. Das Gespräch nahm dann eine Wendung so in die Frage, was ist eigentlich das Sakrale? Und Pasolini überraschte ein bisschen die Vor-68er-Studenten mit seiner Sehnsucht und seiner Liebe nach dem Ländlichen und nach dem vorchristlich Sakralen. Und da könnten wir jetzt natürlich sofort, wenn er schon da wäre, Milo Rau noch dazu bitten, der einen Film gemacht hat, das neue Evangelium, der wiederum auf einen Film von Pasolini Bezug nimmt und über den wir dann morgen sprechen werden. Also Sie sehen, es ist alles vernetzt. Wir sind hier in einer Art, ja eben, rhizomatischen Struktur. Aber als ich dann eben über dieses Buch und Pasolini mit dir gesprochen hatte, gingen wir dann weiter in den Süden nach Sizilien zu Lampedusa und Gata Bardo, eines meiner Lieblingsbücher, aber da war die Zeit dann schon um. Also ich könnte jetzt auch natürlich mit Maike Ahlbart einfach über Sizilien sprechen, das werde ich aber nicht machen. Ich werde auch Marian Poschmann nicht weiter vorstellen, das macht natürlich dann Maike viel besser als ich. Das Lustige ist einfach bei ihrer Literatur, das ist schon sehr seltsam, ich habe vorhin dieses Buch Die Kiefernerinseln angeguckt, weil ich muss immer die Bücher, meine Anstreichungen nochmals anschauen, um mich an ein Buch zu erinnern. Bei diesem Buch habe ich gemerkt, ich muss eigentlich die Anstreichungen nicht lesen, ich erinnere mich auch so ans Buch. Dann habe ich mich gefragt, weshalb habe ich mal darüber geschrieben oder darüber gesprochen. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich mich an das Buch erinnere, außer dass sie einfach so wahnsinnig faszinierend schreibt, dass man sie nicht vergessen kann. Und jetzt lese ich zu ihrer Freude noch in meinem lustigen Italienisch die Übersetzung dieses Gedichts Farnfraktal vor. »Ai dadi uscì un lupo e amanti verso le felci. Fratali di felci. Come ali nella luce calante della sera. E noi, noi con timidezza, arretravamo nello scuro dove le spirali di felci persistevano serrate su se stesse. Modeste, silenziose, fossi io stata così. Così ha volto su me stessa, compiutamente contenuta nella selva che con me confinava. Contenuta nella selva che con me confinava, selva complemento della felce, più grande, immota. Grazie. 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 Grazie a tutti. und mit dem Gewebe, mit dem Rhizomatischen sind wir eigentlich schon bei den Themen, die Sie immer wieder umtreiben. Ich kann mir auch keinen Ort vorstellen, der besser zu ihr passt als Monte Verità. Das scheint mir für Sie erfunden zu sein. Es ist etwas, was durch die Nähe zur Natur sehr viel mit Ihren Büchern zu tun hat, auch mit Ihren Gedichten. Sie haben schon gehört, Marion Poschmann ist sowohl Lyrikerin als auch Prosa-Autorin, Romanautorin. Es gibt immer wieder etwas Unerklärliches in Ihren Büchern und die Geschöpfe scheinen sich von der Natur anstecken zu lassen. Sie gewinnen auf einmal andere Erscheinungsbilder, sie treten anders auf, sie haben ganz unheimliche Seiten und ganz wunderbare. Das kommt alles bei ihr vor. Und bei Marion Poschmann ist auch mein Eindruck, dass es noch etwas gibt, was gerade auch in diesem Hotel eine Rolle spielt. Es gibt nämlich eine starke Affinität zum asiatischen Raum, auch zum japanischen. Das spielte in dem Roman, den Stefan Zweifel gerade gezeigt hat, die Kieferninseln, eine wichtige Rolle, der auch für dieses Buch ganz entscheidend ist. Denn Chor der Erinien, über den wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen möchten und aus dem Sie eine Lesung hören werden, ist das Komplementärstück zu den Kieferninseln. Und hier im Hotel gibt es ja sehr viele Arbeiten aus dem asiatischen Raum. Und das ist ihr natürlich sofort aufgefallen. Und es gibt das Teehaus und wir gemeinsam haben einmal ein ausführliches Radiogespräch geführt mit Günter Fiegal, der ein Spezialist war für das Japanische und uns erklären konnte, wie es sich verhält, sowohl mit der Architektur, ich glaube um Ando ging es damals, und auch mit Dingen wie der Tee, Zeremonie und dem Umgang mit Gegenständen. Also da gibt es sehr, sehr viele Affinitäten und von Marion Poschmann ist gerade vor ein paar Monaten eine wunderbare Anthologie erschienen, die sie gemeinsam mit Yoko Tawada herausgegeben hat. Eine raffinierte Grenze aus Licht, eine Anthologie japanischer Gedichte. Also auch da gibt es offenkundig etwas, das sie nicht loslässt an diesem Raum. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich einmal die Übersetzer nennen, die hier die ganze Zeit hart arbeiten und simultan dolmetschen. Laura Pradassito, Paolo Sturm und Monika Carbone, die sind die ganze Zeit hier in den Kabinen und dolmetschen für uns. Es gibt ein breit gefächertes Werk, Sie haben dort am Büchertisch vielleicht auch schon einige der Bücher erspänen können, von den Romanen über die Lyrikbände, die Sonnenposition war ein weiterer Roman, also viele verschiedene Abstufungen der Themen und Geschichten, die Marion Poschmann beschäftigen. Wie ist das mit diesem Asiatischen? Was ist das, was sie da so anzieht? Es ist schwer zu sagen, was mich da genau anzieht. Also es gibt eine sehr, sehr starke Faszination, weil ich die asiatische Kultur einerseits als wirklich fremd empfinde, als etwas, was sich vom europäischen Raum definitiv sehr stark unterscheidet und gleichzeitig erlebe ich eine starke Vertrautheit, als hätte ich diese Dinge immer schon gekannt. Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Ich war drei Monate in Kyoto im Goethe-Institut und hatte dort ein Stipendium und wollte mich dieser Kultur praktisch körperlich nähern, weil ich kein Japanisch spreche, indem ich durch die japanischen Gärten gewandelt bin und hatte dann versucht, das Spezifische am Japanischen dadurch irgendwie zu begreifen. Ja, und seitdem beschäftigt mich nach wie vor dieser ganze asiatische Raum. In dem Buch Chor der Erinien kommt es nicht wortwörtlich vor, aber wer die Kieferninseln gelesen hat, der weiß, dass der Ehemann, der Heldin, sich in Japan aufhält. Also das letzte Buch, Kieferninseln, ist nicht das letzte, dazwischen gab es auch Lyrikbände, aber der Roman vor diesem Roman war dort angesiedelt. Wie ist man Ihnen denn begegnet, als jemand, der aus Westeuropa kam dort, als Sie sich dort aufgehalten haben und war gleich klar, dass Sie das auch als einen Handlungsort auswählen würden? Nein, das war überhaupt nicht klar. Ich hatte das gar nicht vor und man ist mir sehr freundlich begegnet. Im Goethe-Institut war ich eingebunden in dieses System. Man hat auch manches für mich dort organisiert. Und ansonsten fand ich es nicht so einfach, Kontakt zu den Japanern zu finden. Man sagt ja, es ist eine sehr verschlossene Gesellschaft und man wird sehr, sehr freundlich und zuvorkommend behandelt, wenn man schafft, irgendwo den Gaststatus zu erringen. Also wenn man beispielsweise in einem Hotel ist, dann wird sich unglaublich um einen gekümmert. Aber wenn man allein auf weiter Flur ist und es stößt einem ein Unglück zu, dann kann es auch sein, dass die Leute an einem vorübergehen und niemand einem hilft. Also das ist ganz interessant, dass es so ein Netz von sozialen Hierarchien gibt, in dem man dann entweder einen Platz hat oder eben nicht. Ja, vielleicht dieses, dass es so bestimmte Netze gibt an kommunikativen Strukturen oder an gesellschaftlichen Gepflogenheiten, was uns erst mal vollkommen fremd ist. Das ist etwas sehr faszinierendes, das kann ich gut nachvollziehen. Und die Entscheidung, dann da den Roman spielen zu lassen, hing das zusammen mit dem Sujet, was Sie sich überlegt hatten, oder mit Gilbert, dem Helden? Eigentlich sollte dieses Buch gar kein Roman werden. Ursprünglich hatte ich vor, so eine Art Reisetagebuch zu verfassen. Also in diesem Roman Die Kieferninseln geht es um einen Kulturwissenschaftler, der sich auf die Spuren von Matsu Basho, dem Heiko-Dichter, begibt und dann versucht, die sagenumwobenen Kieferninseln zu erreichen. Und ich hatte das Reisetagebuch von Basho gelesen und war davon fasziniert, von dieser Reise zu diesem Sehnsuchtsort, mit diesen kleinen Inseln, Kiefern bestanden. Und alle japanischen Dichter waren Jahrhunderte vorher schon dort gewesen. Also irgendwie ein spektakulärer Ort. Und ich hatte erst gedacht, diese Reise würde ich gerne selber auch unternehmen und dann wie Basho ein Tagebuch über diese Tour schreiben. Und dann erschien mir das aber dann am Ende doch einerseits zu anmaßend, wer bin ich, dass ich jetzt da so eine große Dichterreise nochmal nachreise und auf der anderen Seite dann aber auch zu langweilig, weil ich hatte vor, eigentlich nur Kiefernbeschreibungen da einzubringen und dachte dann, ja, auf so lange Strecke ist das dann vielleicht zu viel Natur. Und dann kam ich irgendwann zu meinen Protagonisten und habe daraus eine auch etwas heitere Unternehmung gemacht. Es geht um einen abtrünnigen Mann, so viel will ich verraten. Sie müssen das Buch natürlich lesen, erst recht, wenn Sie jetzt diesen Auszug aus dem Chor der Erinien hören. Und es gibt kleinere Verbindungsstücke, aber eines ist der Nadelbaum tatsächlich auch in dem Chor der Erinien. Der Wald ist sehr wichtig. Wie ist das mit dem Wald? Was sind das für Bäume und wie verhält sich Ihre Heldin Mathilda, eine Lehrerin, die eigentlich eher so ein Zwangscharakter ist, hat man den Eindruck, im Kontakt mit diesen Gewächsen? Ja, der Wald spielt eine wichtige Rolle. Also in den Kieferninseln, klar, da sind diese Bäume das Ziel der Reise. Die Natur hat so eine Eigenmacht und hier in diesem Buch ist das auch der Fall. Es wird sehr viel im Wald gewandert. Drei Freundinnen machen einen Wochenendausflug und gehen wandern. Und dieser Wald, an den werden sehr viele Erwartungen gerichtet. Die Hauptfigur Mathilda stellt sich vor, dass sie so eine romantische Herbstwanderung unternimmt mit bunt gefärbtem Laub, alles mit schönen Aussichten und so weiter. Und dann ist aber der Wald auf der einen Seite eine große Enttäuschung. Der Wald leidet unter starker Dürre, die Bäume sind nicht das, was sie sein könnten. Alles ist trocken, das Laub fällt schon vor der Zeit ab, die kleinen Äste, also ein Funke genügt und der ganze Wald würde in Flammen stehen. Und das passiert dann auch, es brennt der Wald. Und dann gibt es aber auch das, was seit der Romantik eigentlich dem Wald inne wohnt, diese unheimliche, düstere Seite, die dann auch irgendwann zum Tragen kommt. Marion Poschmann hat viel zu tun mit der Romantik, aber natürlich in der Ausprägung, wie sie das dann auch in Gedichte überführt und neu befragt. Vielleicht könnte man sagen, es gibt heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine sehr schöne Gedichtinterpretation von Dieter M. Gräf, eines Textes, der mit Schnee zu tun hat und mit dem Schmelzen, dem Verschwinden des Schnees. Also Natur und auch die Veränderungen der Natur, die klimatischen Veränderungen sind etwas, das immer wieder einfließt. Bleiben wir bei dem Chor der Erinien. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, Erinien, das sind Schicksalsgöttinnen. Was haben die denn zu tun mit diesen drei mittelalten Frauen? Und wie bringen sie die zum Klingen in ihrem Roman? Ja, das Buch hat ja den Titel Chor der Erinien und dieser Chor tritt in dem Buch gewissermaßen auf. Man weiß es aber nicht genau. Also es geschieht bei diesen Waldwanderungen, dass Mathilda etwas zu hören vermeint. Sie hört das Rauschen der Blätter, sie hört Stimmen im Wald oder wo auch immer und diese Geräusche formieren sich dann zu artikulierten Lauten und dann sind in diesem Buch so etwas wie chorische Passagen abgedruckt in Versen. Und das könnte dieser Chor der Erinien sein. Man weiß nicht genau, ob das eine äußere Stimme ist, ob das eine innere Stimme ist, ob Mathilda selber Teil dieses Chores ist, weil sie offenbar die Einzige ist, die das hört. Und ja, so kommen diese Gestalten, die Erinien, in das Buch. Vielleicht kann man noch mal etwas ausgreifen, was diese Erinien eigentlich sind. Unbedingt, ja. In der griechischen Mythologie tauchen die Erinien immer in dieser Dreierzahl auf. Deswegen liegt es vielleicht nahe, das auf die drei Freundinnen zu übertragen. Es gibt drei namentlich bekannte Erinien, die heißen Thesiphone, Megaira und Alekto und sie personifizieren eigentlich den Zorn. Sie sind Rache-Göttinnen, es sind grausame Göttinnen, die den Frevler mit ihrem Zorn verfolgen und sie werden in der Ikonografie auch entsprechend gruselig dargestellt. Sie tragen eine, also sie haben auch Schlangenhaar wie die Gorgo Medusa, sie tragen eine Peitsche des Zorns, die Fackel des Wahnsinns und mit all diesen Grätschaften verfolgen sie da denjenigen, den sie versuchen in den Wahnsinn zu treiben durch ihren Zorn. Und nun ist es ja so, dass solche Personifikationen von Affekten sich auch noch immer weiter zurückführen lassen in der Historie. Und man nimmt an, dass ursprünglich diese Gestalten eigentlich so etwas wie Wettergottheiten waren. Den Aspekt fand ich besonders interessant. In den Kieferninseln, in diesem Parallelroman, da geht es auch um den Wettergott und das christliche Weltbild und welche Rolle dieser biblische Gott in der Wolke spielt. Und hier in diesem Buch bei den Erinien ist das Interessante für mich, dass diese Frauenfiguren auch diese Wettergewalten darstellen sollten. Also das Gewitter, den Blitz, der sich dann in dieser Fackel bildlich wiederfindet, die dunkle Wolke und die ganze Macht dieses Unwetters, dass die sich dann irgendwann entlädt, die hat man dann auf diesen Zorn übertragen. Und das funktioniert ganz wunderbar. Es ist auch sehr unterhaltsam. Olivia und Birte heißen die Freundinnen, die anderen. Und sie kennen sich noch aus Schulzeiten beziehungsweise Studienzeiten. Und Mathilda ist die, in deren Gesellschaft wir die meiste Zeit des Romans zubringen. Wir hören jetzt eine Passage aus dem Roman Chor der Erinien. Es gibt es auch auf Italienisch. Wenn Sie mögen, können Sie das mitlesen. Es ist eine leicht gekürzte Fassung des Textes, den Sie vorliegen haben, schriftlich. Und Marion Poschmann liest ihn auf Deutsch. Das ist der Anfang des Romans, der Beginn des ersten Kapitels. Rabenbegabung. Meine Mutter fürchtet diese Fähigkeit, denn sie sieht die Verstorbenen. Bei mir ist es milder. Mir erscheinen lebende Personen. Sie flackern kurz auf und ich weiß alles über sie. Wenn auch nur für den einen Moment, in dem wir verbunden sind. Oft geschieht es im Schlaf, wenn ein Traum seinem Ende zugeht und etwas enthüllt, was wahrer ist als der Rest und dessen Klarheit mich erschüttert, zurücklässt. Plötzlich wieder allein. Und doch nicht. Es bleibt das Gefühl einer Nähe, einer heimlichen Anwesenheit. Meist sind es Freundinnen, die mich heimsuchen. Freundinnen, die ich manchmal jahrelang nicht gesehen habe, die sich nie melden, aber nachts machen sie sich bemerkbar, drängen sich auf. Was soll ich mit ihnen? Im Alltag sind sie beschäftigt, kaum ansprechbar und schon gar nicht von mir. Mathilda ließ den Kugelschreiber sinken und starrte auf ihre geschwungene Handschrift. Die Arkaden und Girlanden wirkten breit und ein wenig behäbig, fast barock in ihrem raumgreifenden Überschwang, die Auf- und Abstriche dagegen zackig und konzentriert, mit dem Gleichmaß von Hammerschlägen, als nagele sie damit eine Reihe von Luftblasen am Boden fest. Seit ihrer Jugend hatte sie kein Tagebuch mehr geführt. Es gab keinen Anlass zur Introspektion. Sie erinnerte sich noch gut an den Moment, in dem sie beschlossen hatte, nicht mehr jeder Laune nachzugehen, sondern ihre Energie in intellektuelle Arbeit zu stecken und ein normales, nützliches Leben zu führen. Es war der Nachmittag gewesen, an dem ihre Schulfreundin Birte sie zum ersten Mal versetzt hatte. Sie hatte ihre Schienakladde geöffnet und das Datum eingetragen, dann stundenlang wie erstarrt vor dem linierten Papier gesessen und das Buch schließlich zugeschlagen. Bis heute. Jetzt verlor sie sich in den Kringeln und Wolken ihrer Sätze. Die schwarzen Tintenlinien schoben sich übereinander, ballten sich zusammen zu einem Gewölle, in dem sie für einen Moment die dunklen Locken ihrer Mutter erkannte, die Dauerwelle, die diese sich legen ließ und die sie noch immer regelmäßig färbte. Verschlungene Fäden, die sich immer mehr verwickelten, zu Wirbeln und Knoten, zu einer undurchdringlichen Dunkelheit. Dann verlagerte sich das Knäuel und wurde zu einem Druck im Bauchraum, wo sie es zuletzt als Kind gespürt hatte, wenn etwas Unangenehmes bevorstand. Am Vormittag hatte sie Klausuren schreiben lassen und nach dem Unterricht noch mit der Arbeitsgemeinschaft Kammerorchester geprobt. Wie gewöhnlich ging sie zu Fuß nach Hause. Die ersten Blätter bedeckten den Bürgersteig und verbreiteten ihren herbstlichen Duft. Mathildas Ledersohlen waren rutschig. Sie trat vorsichtig auf das Laub. In ihrer Tasche zog merklich das zusätzliche Gewicht der Klausuren. Sie wechselte den Riemen auf die andere Schulter. Auf Dauer schlecht für den Rücken. Aber ein Minimum an Eleganz musste bleiben. Die jugendlichen Violinistin und die Cellistin, die Bratschistin und selbst der Bassist legten bei der wöchentlichen Probe so viel Wert auf ihren künstlerischen Habitus, dass sie selbst nicht mit einem allzu schnöden Auftreten, womöglich einem Wanderrucksack, ihre Illusionen zerstören wollte. Ihre Schützlinge trugen lange Gewänder und warfen leidenschaftlich das Haar zurück, während sie selbst versuchte, ihnen beizubringen, dass es für den großen Auftritt vor allem auf die musikalische Durchdringung des Stückes ankam, auf exakte Phrasierung, Atemführung und beim Zusammenspiel als erstes darauf, sich einzuschwingen auf die anderen. Ihr Haus stand nicht allzu weit vom herrschaftlichen Altbau des Gymnasiums entfernt, in einem Nachbarviertel mit Häusern der Jahrhundertwände und altem Baumbestand. In dieser Umgebung fiel ihr Flachdachhaus aus dem Rahmen, kantig und kühl, in einem Garten mit lichten, niedrigen Gewächsen, Stauden, Bodendeckern, Pampasgras. Sie kamte im Vorgarten nach dem Schlüssel. Die weißen Früchte der Schneebeere leuchteten aus dem Strauch am Zaun. Ihr winziger Ginko in der Mitte des Rasenrondells zeigte schon einen Anflug von Gelb. Und als sie den Blick hob, sah sie Birte auf dem Treppenabsatz vor der Tür stehen. Fragil, sehr still, mit hängenden Armen stand sie da, seltsam durchscheinend, knochig. Birte war immer schlank gewesen, beweglich und anmutig. Jetzt wirkte sie abgemagert, ja ausgemerbelt. Mathilda ging ihr entgegen und je näher sie kam, desto mehr verlor Birte an Schärfe. Als sie selbst den Eingang erreichte, war Birte verschwunden. Sie ging ins Haus und schloss von innen ab. Ausnahmsweise ließ sie den Schlüssel stecken, schon am Nachmittag. Sie zog ihre Schuhe und den Mantel aus und nahm die Post mit ins Arbeitszimmer. Ein Krankenkassenschreiben, ein Brief der Stadtverwaltung, eine Einladung zu einem Konzert. Sie erledigte die Telefonate, die noch anstanden. Dann schmetterte sie den Klausurenstapel auf ihren Schreibtisch und korrigierte die Stochastikaufgaben, bis es dunkel wurde. Seit mehreren Jahren hatte sie nichts mehr von Birte gehört. Zuletzt war ein Brief von ihr eingetroffen. Schon als sie den Briefkasten öffnete, erkannte sie die Schnörkel, mit denen Birte die Umschläge verzierte, damit sie seelenvoll wirkten und nicht geschäftlich. Obwohl ihre Briefe in Wahrheit Geschäftsbriefe waren, sie erkannte den fleckigen, geknitterten Umschlag, der zu lange irgendwo ungeschützt herumgelegen hatte und den Birte deswegen mit ausgeschnittenen Blümchen beklebt hatte, die Mathilde als nicht altersgemäß empfand. Poesiealbum-Blümchen, die an eine gemeinsame Kindheit appellierten, die seit Jahrzehnten vergangen war. Es war ein Brief voller unterschwelliger Vorwürfe und Forderungen gewesen und Mathilda hatte ihn nicht beantwortet. Birte deutete an, dass ihr Mathildas Lebenswandel zu angepasst erschien. Ohne Risiko, ohne existenziellen Ernst. Ein netter Ehemann, ein fast abbezahltes Haus, ein interessanter Beruf, ein Auto, das sie sich teilten, weil sie beide ihren Arbeitsplatz zu Fuß erreichen konnten, außerdem Kinder zu Hauf in der Schule. Sie hatte all das, was landläufig als Erfüllung galt, ohne besondere Mühe erreicht. Birte leitete daraus ab, dass Mathilda ihr etwas schuldig geblieben war, aber Mathilda sah nicht, was dies hätte sein können. Nervös bewegte sie jetzt den Stift. Sie schrieb nicht mehr, sie kritzelte vor sich hin. Sie strich etwas durch, schraffierte das Blatt, und tilgte aus, bis alle Linien sich gegenseitig verdeckten. Klar und deutlich hatte sie Birtes Gestalt gesehen. Erst klar und deutlich, dann seltsam dünnflüssig, transparent. Am helllichen Tag und auf ihrem eigenen Grundstück. Im ersten Moment war sie von Freude durchzuckt gewesen, einer flackernden, hoch aufflammenden Freude. Und sie ging unwillkürlich schneller auf Birte zu, wie ein argloser Hund, der jedem, den er jemals gekannt hat, heftig wählend entgegenläuft. Dann schlug der Impuls um, die Erinnerung kehrte zurück, und sie fragte sich misstrauisch, was Birte dort vor ihrer Haustür überhaupt zu suchen hatte, was sie von ihr wollte. Erst in einem dritten Schritt realisierte sie, dass die Gestalt nicht solide genug war, um sich ihr gegenüber sinnvoll zu verhalten. Aber da begann sie sich auch schon zu verflüchtigen. Wäre es wenigstens eine Marienerscheinung gewesen, eine bewährte Vision, für die es Formeln gab, floskeln, seit Jahrhunderten erprobt. Sie blätterte um und versah die nächste Seite der Kladde mit seltsamen kleinen Spiralen und Zacken. Sie bedeuteten nichts. Danke sehr. Vielen Dank. Marion Poschmanns Bücher erscheinen bei Surkamp und die italienische Übersetzung, die Sie auf dem Handout finden, ist von Dario Borso. Das war ein kleiner Auszug aus dem ersten Kapitel. Und wir bekommen es mit dieser Mathilda zu tun, die ja Mathematik- und Musiklehrerin ist. Was sind denn das für Sphären für Mathilda? Für Mathilda sind das im Grunde gegensätzliche Sphären, die vielleicht auch ganz gut ihren Charakter beschreiben. Als Mathematiklehrerin tritt sie sehr beherrscht auf, sehr nüchtern, sehr rational. Sie ist eine Frau eigentlich der Datenzahlen, Fakten. Und sie wird so beschrieben, dass ihr zunächst alles Irrationale, sehr fremd erscheint und in ihrer Welt eigentlich keinen Platz hat. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil das mit diesem Fach Musik kaum zusammenstimmt. Denn man fasst ja die Gemeinde und die Musik als ein Unterrichtsfach auch auf, in dem Emotionen eine größere Rolle spielen. Das Liedhafte, das Sehnsuchtsmoment, das Schöne, das auch Sentimentale, das in der Musik zu finden ist. All diese Eigenschaften werden von Mathilda zunächst abgewehrt, verdrängt. Auch den Musikunterricht führt sie eher auf eine Weise durch, der den mathematischen Aspekt der Musik, der ja auch eine Rolle spielt, in den Vordergrund stellt. Das Analytische, das Gedankliche. Und im Laufe dieses Buches gewinnt dann die andere Seite in ihrem Charakter, die Oberhand. Das hat man jetzt vielleicht ein wenig in der Passage, die ich vorgelesen habe, gehört. Also Mathilda hat so etwas wie paranormale Fähigkeiten. Sie hat eine Vision von ihrer Freundin. Sie kann offenbar hell sehen und ist von dieser Eigenschaft selber vollkommen irritiert und muss sich dann damit auseinandersetzen. Das ist das Schöne an ihr, dass sie erst einmal wie so eine ganz trockene Person wirkt und dieses schematische, Kontrollierte auch gegenüber ihren Schülern hat. Und es gibt sogar einen Referendar, der eigentlich sehr begabt ist, der ihr auch sympathisch ist, der ihr gefällt, der stärker für so etwas Leidenschaftliches steht. Und dem empfiehlt sie dann am besten erst mal Partiturstudium. Also auch da ist sie so ganz nüchtern. Es gibt aber etwas, da wird sie plötzlich auch angreifbar, auch schon ganz am Anfang. Das ist die Beziehung zu ihrer Mutter. Da haben sie ja auch so einen kleinen Knotenpunkt eingebaut oder so einen Umschlagpunkt. Da kommt etwas anderes ins Spiel und da deutet sich auch dieses zweite Gesicht noch stärker an. Also das scheint auch etwas zu sein, was dieser weiblichen Sphäre zu eigen ist. Auf jeden Fall hat ja auch die Mutter diese merkwürdigen Fähigkeiten. Es wird ja am Anfang gesagt, sie hat im Grunde von ihrer Mutter dieses zweite Gesicht, wenn man so sagen will, geerbt. Die Mutter ist in der Lage, Verstorbene zu sehen. Sie selber, Mathilda, sieht erst mal nur ihre Freundinnen, die Lebenden. Insofern kommt da das Weibliche ins Spiel, weil solche magischen Kräfte ja gewöhnlich den Frauen, den Hexen zugeschrieben wurden. Und mit diesem Motiv spiele ich dann auch weiter in diesem Buch. Wobei die Beziehung zu der Mutter auch konfliktreich ist. Es ist eine klassische Mutter-Tochter-Beziehung, könnte man sagen. Das ist ihr ja auch etwas, was sie erst mal abwehrt. Also sie will eigentlich, die Mutter ist ja auch unzufrieden. Man erfährt dann auch einiges über die Geschichte der Mutter, die offenkundig auch mit dieser irrationalen Seite nicht richtig zurechtkam, die auch Zwänge entwickelt hat. Also da merkt man, also ich finde das interessant, auch im Zusammenhang mit ihren Gedichten, dass es vielleicht fast so etwas gibt in unserer Kultur des Überbetons dieses rationalen Zugriffs, während diese anderen magischen Sphären so ein bisschen in eine andere Ecke gedrängt werden. Das ist ja etwas, was hier die Figuren dann überfällt. Ja, das stimmt. Das ist für mich, ist es eigentlich ein Buch über Anpassung und den Widerstand dagegen. Wir haben ja jetzt hier dieses Surrealismus-Thema und für mich ist immer die Frage, was hat man eigentlich für einen Realitätsbegriff? Was macht diese Realität in unserer Welt, in unserer Gesellschaft auch aus, über die dann der Surrealismus beispielsweise hinausgeht? Der Surrealismus war ja eine revolutionäre Bewegung, die sich gegen diese bürgerliche Realität aufgelehnt hat. Und hier in dem Buch habe ich diese Frauen gestalten, die zunächst versuchen, sich in diesen realistischen Raum irgendwie einzugliedern, die sich alle Mühe geben, keinen Anschluss zu erregen, die in ihrem Beruf funktionieren, die sich dem im Grunde unterwerfen. Und dann kommen sie in Situationen, wo das nicht mehr funktioniert, wo auf einmal etwas anderes Überhand nimmt und ihr ganzes bisheriges Verhalten auf einmal zusammenbricht. Und für mich ist da auch die interessante Frage, also es gibt in diesem Buch dann Traumsequenzen, es gibt diese merkwürdigen Chöre. An welchem Punkt würde man eigentlich sagen, dass diese unsere gewohnte Realität dann ihre Geltung verliert? Und warum gewichtet man so etwas wie die Fähigkeit der Präkognition beispielsweise? Warum ist sie bei uns so dermaßen abgewertet? Warum so stark, dass man sozusagen der Meinung ist, das kann es eigentlich gar nicht geben, wie ja auch der Traum einen ganz anderen Stellenwert hat als die sogenannte geteilte Realität, in der die realen Sachen von uns allen gesehen werden. Also das finde ich ganz faszinierend, mich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Das ist etwas, was gerade hier auch sehr zentral war, was die Künstler und Künstlerinnen, die hier gelebt haben, beschäftigt hat, was sie umgetrieben hat. Und sie haben ja auch dem Traum, genau wie im Surrealismus, eine viel größere Bedeutung eingeräumt. Ich möchte noch mal bei den wunderlichen Frauen bleiben, denn sie haben ja schon, es gibt auch in dem ganz realen Leben einige Dinge eingebaut, die schon darauf hindeuten, dass da etwas ist, dass es Neigungen gibt. Bei der Olivia handelt es sich nämlich um eine Wissenschaftlerin der Sepulchralkultur, also der Votivgaben. Das deutet ja auch schon, und dann sind es, glaube ich, noch Wachsobjekte auf so einen ganz bestimmten Bezug zu dem Jenseitigen oder dem Kontakt mit dem Tod wiederum auch. Also da gibt es auch diesen Kern des Anderen in ihr, in der Olivia. Ja, sie beschäftigt sich im Grunde auch mit dieser Schwelle zu einer, ja, zur jenseitigen Welt, zum Totenreich. Das ist ihr Beruf. Sie ist Spezialistin für, ja, Grabbeigaben, für Votivgaben aus Wachs. Gibt es das? Das ist richtig eine, also ich kenne diese, ich kenne diese Objekte, die sehr häufig, zum Beispiel in der Kirche Sant'Antonio in Padua, das sind allerdings häufig Objekte, die auch aus Wachs zum Teil sind, die mit Fürbitten oder mit Bitten um Heilung zusammenhängen, die dort aufgehängt werden, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, in den italienischen Kirchen, auch zum Dank manchmal. Genau. Und das ist aber jetzt bei Gräbern, was ja auch noch wieder sehr stark auf die Antike zu verweisen scheint, da hat man den Eindruck, das sind eigentlich pagane Riten, die überführt wurden und domestiziert vom Christentum. Ja, das hat sich von den antiken Grabbeigaben praktisch bis in unsere Zeit gehalten, indem man, ja, wie Sie schon sagen, um Heilung bittet und dann als Dank so ein Opfer bringt. Das kann aus Wachs sein, das kann aus Metall sein. Heute sieht man in den italienischen Kirchen hauptsächlich Metallobjekte. Und interessant daran ist, dass wenn man bei einer konkreten Krankheit, meinetwegen man hat ein Problem mit dem Arm und dieser Arm ist dann durch Fürbitte der Heiligen geheilt worden, dann hängt man in der Kirche ein Abbild des Arms auf. Also die verschiedenen Körperteile werden dann in unterschiedlichen Materialien nachgebildet. Und Wachs ist in den letzten Jahrzehnten aus dem Gebrauch verschwunden. Man hat diese Wachsobjekte nur noch ganz selten. Sie wurden dann nach einer gewissen Zeit, dann die Kapelle füllt sich dann mit diesen ganzen Körperteilen und bei Wachs schmilzt man dann, hat man eingeschmolzen und Altarkerzen dann daraus gemacht, weil irgendwie muss man dann ja weiter operieren mit diesem wertvollen Material. Und weil sich dieser Brauch so ein bisschen verflüchtigt hat, sind die Wachsobjekte entsprechend selten geworden. Metall hat sich noch gehalten. Wissen Sie, was man aus diesen Metallkörperteilen macht? Oder werden die dann einfach irgendwann abgeräumt? Das wäre ja interessant, was das für... Das habe ich nicht so nachvollziehen können. Ja, also das sieht kurios aus, finde ich, wenn man in die Kirchen geht und sich diese ganzen Körperteile anschaut. Und oft gibt es auch noch kleine Briefe oder Zettel, auf denen gedankt wird und erklärt wird, was das für Erkrankungen waren und was da passiert ist. Weil Sie den Surrealismus ansprechen und wir hier ja uns in magnetischen Feldern bewegen und sowohl auf dem Monte Verità mit den Dingen, die hier die Künstler umgetrieben haben, aber eben auch mit den Surrealisten, die ganze Zeit uns befassen, die Lautgedichte gestern Abend gehört haben und von Michael Lenz und Raul Schrott schon einiges vernommen haben. Was für eine Beziehung haben Sie zum Surrealismus? Haben Sie die Sachen schon früh gelesen? Konnten Sie sofort etwas damit anfangen? Gibt es da eine bestimmte Affinität zu einzelnen Dichtern? Oh, früh gelesen. Wann ist, wann beginnt früh? Ich weiß nicht, mit 15, 16. Das ist ja, also ich erinnere mich an meine ersten Lyrik-Lektüren und da habe ich den Verdacht, dass das für viele auch so ist, dass der Expressionismus erst mal ist, womit man was anfangen kann als junger Mensch. Else Lasker-Schüler ist für, glaube ich, junge Gymnasiastinnen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ein typischer Einstieg, denke ich. Und dann auch Georg Heim, also so eine Mischung aus einerseits Zugänglichkeit, aber andererseits schon so Synesthesien und ungewohnten Farmen vielleicht. Also ich fand, das war so ein typischer Einstieg. Ich habe dann über den Umweg von Frankreich tatsächlich die Surrealisten gelesen, Breton und... Breton. Ja, also mein Einstieg war, glaube ich, eher über die bildende Kunst, dass ich mit den Gemälden sofort so einen Rapport hatte und ich habe Breton gelesen und was mich sehr gefesselt hat, waren die Gedichte von Unika Zürn, wo mich besonders begeistert hat, wie aus etwas scheinbar vollkommen Sinnloses dann auf einmal etwas entsteht, was dann so eine Eigenmächtigkeit entwickelt. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das etwas ist, was dann ansprechend wirkt. Und denken Sie, dass man mit diesen Texten, also dass heute das auch noch eine Bedeutung haben kann, kann es sein, dass uns diese Haltung, so ein bisschen haben Sie das eigentlich angedeutet, gegenüber der Realität etwas zeigen kann, was uns weiterhelfen könnte. Sind wir vielleicht viel zu sehr, wie Ihre Mathilda ja am Anfang auch, auf das Faktische gerichtet in unseren Lebensentwürfen, in unserem Verständnis auch der Natur? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, der Serialismus kann dazu beitragen, dieses Verständnis der Oberfläche definitiv zu hinterfragen. Ich überlege jetzt gerade, was kann uns der Serialismus heute sagen? Vielleicht so etwas Widerständiges. Diese historischen Texte und Bilder haben natürlich das Problem, dass wir jetzt in einer Welt leben, in der, wenn ich jetzt an die Bilder des Serialismus denke, sind wir jetzt ja in einer Phase, wo seriale Bilder in jeder Werbung ununterbrochen auf uns einprasseln und dass dieser verstörende Effekt jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Das ist eigenartig und da kann man ja auch überhaupt nichts noch weiter übersteigern. Aber jetzt hatten Sie das Synesthetische erwähnt, diese Züge des Serialen, die auf einer etwas subtileren Ebene liegen, wie bei den magnetischen Feldern, dass Dinge miteinander verbunden werden, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber wo man tatsächlich, wenn man genau hinspürt, doch Zusammenhänge finden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Sensibilität etwas ist, was heutzutage wieder Not tut oder weiterhin gepflegt werden müsste, sollte. Also Synesthesien für die, die es nicht mehr genau erinnern, das ist die Verknüpfung von verschiedenen Sphären, sinnlichen Sphären, zum Beispiel eine Farbe, bitteres Blau oder bei Else Lasker-Schüler ist es häufig das Blau, Farben, die einen Geschmack haben können. Es ist auch eine Stilfigur in der Lyrik, die sehr häufig verwandt wird. Es gibt auch Menschen, die synesthetisch empfinden, also die zum Beispiel bei Klang, bei Musik, ganz präzise Farben sehen. Das wird untersucht, da gibt es tatsächlich Studien. Das ist eine bestimmte Begabung, auch wieder einer besonderen Art. Eigentlich müssten Sie sich mal eine Heldin ausdenken, die diese Begabung besitzt. Der Umschlag ist auffallend von Ihrem Buch. Doch, vielleicht halten Sie ihn noch einmal hoch, für die, die es nicht kennen. Haben Sie damit selbst, haben Sie darüber mitentschieden? Das sind ja häufig Dinge, die der Verlag dann auch zu entscheiden hat, genau wie den Titel. Aber ich nehme an, dass Sie da bei dem Chor der Erinien auch bei dem Titel schon ein Wort mitzureden hatten. Wie war das bei dem Umschlag? In diesem Fall durfte ich den Umschlag mit auswählen. Das ist ja nicht immer so. Manchmal macht man einen Vorschlag und der Verlag lehnt ihn dann ab. Aber in diesem Fall haben Sie es akzeptiert, weil diese Umschlagabbildung auch mit dem Buch viel zu tun hat. Wir haben jetzt noch gar nicht so sehr über das Thema des Dämonischen, des Monströsen, der Frauen als Monster gesprochen. nur insofern, als gestalten, wie die Erinien in verschiedener Form vorkommen. Die Harpien, die verschiedene Mischwesen aus Frauen- und Tierbestandteilen werden in diesem Roman aufgeführt. Also das Monströse des Weiblichen wird behandelt. Und hier bei dieser Abbildung handelt es sich um eine sogenannte Monsterkurve. Also das ist ein mathematisches Fraktal, das durch Faltung ins Unendliche entsteht. Und wenn man das abbildet, dann hat das ungefähr diese Form, man kann das als Monster oder als Drachenkurve bezeichnen. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man hier den Kopf des Drachen, der Hals des Drachen. Und hier ist ein kleiner Drachenflügel und dann geht das in den Drachenschwanz über. Und ja, das hat mir sehr gefallen, weil das für das Buch ganz passend ist. Es ist passend für Mathilda und es hat aber auch etwas von einem brennenden Baum. Ja, es sieht auch auf den ersten Blick aus wie so eine Naturform, vielleicht auch eine Koralle. Es hat auf jeden Fall diese flammende Farbe. Ja, also mich hat es gleich sehr angezogen und beeindruckt. Und es gibt auch dann in der Schule, das ist auch ein schönes Motiv, Sie merken schon, dass Marion Poschmann sehr fein arbeitet. Also es gibt so ein Gewebe aus Motiven. Es gibt diese Kunstwerke, die die in Kunst arbeiten, Schüler anfertigen. Und da fällt der Heldin auch auf, eine Vase im Kunstunterricht gebastelt, die aber sehr geglückt ist. Das sieht sie auf dem Weg zum Unterricht, an einem Tag, an dem ihr eigentlich gar nichts gelingt, weil sie ihre äußere professionelle Form so ein bisschen verloren hat, weil sie eben plötzlich affiziert ist von dieser anderen Seite. Und da geht es ja auch um Krallen und um diese Mischwesen auf der Vase. Das ist doch etwas, was die Schüler kopiert haben, erinnere ich mich. Sind es Harpien? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es sind solche Frauengestalten mit Vogelattributen. Sie haben Flügel und sie haben auch Vogelklauen. Und haben sie auch Bärte? Es waren doch so merkwürdige Mischwesen. Das hat mich dann wieder an Gilbert Silvester erinnert, an den Ehemann. Also man erfährt hier von einer Frau, die sich wundert, wo ihr Mann geblieben ist. Und wenn man den anderen Roman kennt, dann weiß man sehr gut, wo er geblieben ist. Und auch für ihn eben in Japan spielt ein Traum eine Rolle. Der war nämlich der Auslöser dafür, dass er plötzlich Hals über Kopf abgereist ist. Und er ist doch ein Bartspezialist, erinnere ich mich. Also auch da gibt es so Querverbindungen. Ja, das ist für mich so ein kleiner Seitenhieb, diese Frauen mit Bärten. Also der Mann, der Ehemann, der Bartforscher beschäftigt sich in erster Linie mit dem Thema des Gottesbartes. Und der Bart als Weisheitssymbol, der Bart als Machtsymbol, als im Grunde Symbol des Patriarchats schlechthin. Und Mathilda erblickt jetzt auf eine Abbildung dieser Vogelfrauen, auf den alten griechischen Vasen, so eine Gestalt, die einerseits deutlich mit Brüsten als Frau charakterisiert ist, aber auch einen sogenannten Rollbart hat. Also Sie kennen sicher diese ägyptischen Bärte, die so unten sich so aufrollen. Also ein Machtsymbol, das offenbar zu früheren Zeiten nicht nur den Männern vorbehalten war. Ja, das finde ich hochinteressant, weil es ja so bestimmte Attribute gibt. Es sind dann später bei den Herrschern ja häufig auch diese Nasolabialfalten, also die Macht, das ist auch so ein ganz typisches, habe ich gelernt in der Kunstgeschichte. Nasolabialfalten. Ja, das sind diese Falten, die man bei Frau Merkel auch immer sehr gut beobachten konnte, die darauf hindeuten, bei den Statuen können Sie das sehen, ich habe es in den kapitolinischen Museen gerade, hat mir eine kunsthistorische bewanderte Freundin erklärt, das deutet darauf hin, das sind Herrscher, die sich eben so tief mit dem Mut ihres Volkes beschäftigen, dass sie darüber nachdenken und voller Gram von diesen Falten dann gezeichnet sind. Also das ist auch so ein Attribut, so ähnlich der Macht eigentlich wie die Bärte und sie gestalten das anders aus. Wenn Sie mögen, können Sie gerne noch Fragen stellen an Marion Poschmann. Ich wüsste noch zum Abschluss sehr gern von ihr, ob es einen Baum gibt, einen Lieblingsbaum, der eine Rolle spielt für Sie oder mit dem Sie sich auch in Gedichten immer wieder befasst haben. Lieblingsbaum? Naja, jetzt in den Kieferinseln habe ich mich natürlich mit der Kiefer sehr, sehr stark beschäftigt und wenn man sich einmal mit so einem Gegenstand auseinandersetzt, dann verfolgt einen das ja. Jetzt bin ich hier vorhin ein bisschen über das Gelände gelaufen und in Richtung dieses, wie heißt der Pavillon? Ja, der Pavillon. Also in Richtung dieses Pavillons da hinten zum Walkürenfelsen hin und da standen auch einige Kiefern und unter diesen Kiefern, das hatte ich für Kunstwerke gehalten, solche verschiedenen Metallstangen, die habe ich als Kiefernzweige interpretiert mit so verschiedenen Nadeln, ziemlich groß unter diesen Kiefern platziert, fand ich super und als ich dann den Pfad zu Ende ging, habe ich dann gesehen, dass es eher so ein Trimpfad war und diese Trimmgeräte ich fälschlicherweise als Kiefernachbildung erkannt habe. Ja, aber es gibt jetzt nicht die Buche oder irgendeinen Laubbaum, der für Sie auch eine Rolle gespielt hat. In diesem Roman sind es ja auch wieder die Nadelbäume, es werden auch die Tannenzüchtungen, also die Schonungen so ein bisschen kritisiert und eben, der Wald ist eine Enttäuschung, das ist ja auch etwas, das vorkommt. Ja, es gibt natürlich Laubbäume, das Ahornlaub spielt eine gewisse Rolle, die Rotfärbung des Ahorns, das flammende Rot, auf das Mathilda hier eigentlich hofft, das aber dann, weil diese Dürre herrscht, nicht richtig zufriedenstellend eintritt. Ja, also soweit der Bezug zu der auch versehrten Natur, etwas, das in den Gedichten immer wieder eine ganz zentrale Rolle spielt, der Schnee, der nicht mehr vorhanden ist, der schmilzt, die Berge, das ist in dem Gedicht, das heute in der FAZ interpretiert wird, von denen noch eine Postkarte nach Hause geschickt wird, vielleicht auch hier vom Monte Verita, gibt es Fragen hier im Saal an Marion Poschmann. Anmerkungen. Wir haben auch ein Mikrofon. Ja, dort hinten. Keine Fragen und Anmerkungen. Wir haben alles erschöpfend behandelt. Ja, es gibt draußen die Romane von Marion Poschmann in verschiedenen Ausgaben zu kaufen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Und bei Marion Poschmann bedanke ich mich sehr für dieses anregende Gespräch über das Wilde in den Frauen und die Nähe zur Natur und das Überraschende, das Sie auch entfalten können. Und es kann Ihnen unter Umständen sogar mal ein langer Bart wachsen. Und dann haben Sie noch viel mehr Macht als sowieso. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank.